Gerade der Mega-Trend Dry January. Ein Monat ohne Alkohol. Und ihr wolltet wissen, ist der Hirschhausen dabei? Ja, bin ich. Gerne sogar. Ich bin immer neugierig auf die Wunderwelt meines eigenen Körpers. Ich habe mit dem Intervallfasten schon mal 10 Kilo abgenommen und das war auch überraschend einfach. Hätte ich mir nie vorstellen können, dass man einfach 16 Stunden nix isst. Das geht. Der Körper kann eine ganze Menge. Jesus konnte Wasser in Wein verwandeln, aber jeder von euch ist in der Lage, über Nacht aus dem ganzen Wein wieder Wasser zu machen. Aber was passiert, wenn wir einen ganzen Monat keinen Alkohol trinken? Ich werde das herausfinden. Und im Februar sehen wir uns spätestens wieder. Dann teilen wir unsere Erfahrung.